Wir sind hier in dem Raum, in dem in einer Woche die Ausstellung Wir kommen auf den Hund eröffnet wird. Die Ausstellung wird in sechs Kapiteln gegliedert sein. In der Eingangssituation hier vorne haben wir die Hunde Portraits, also das, was man erwartet. Bilder von Hunden, von starken Hunden, von schönen Hunden, von schwachen Hunden, von Kreaturen des Hundes. Es geht dann weiter mit dem Hund und wir. Hunde in der Gesellschaft, Hunde sind überall. Auf jedes Bild, auf das Sie schauen, sitzt im Hintergrund ein Hund, läuft einer mit in den großen Stadtbildern, in den Parkbildern, die Spaziergänger, Hunde an der Leine. Dieses Kapitel soll zeigen, wie der Hund in unserer Gesellschaft an sich überhaupt nicht mehr wegzudenken ist. Dann gibt es eine weitere Sektion, Künstler und Hunde. Da werden Künstler Hunde, es wird aber auch die Art und Weise, wie Künstler Hunde zeichnen, wie sie sie darstellen. Nicht pointiert, mit sehr feinen Schraffuren, mit genauesten Studien verbunden, Künstler, Hunde im Atelier. Also ein solches Thema, wo Künstler und Hund einmal zusammengefasst werden. Ein weiteres großes Kapitel ist dann der Jagd gewidmet. Natürlich ist das eine ganz ursprüngliche Funktion des Hundes. Das geht bis auf die Vorzeiten zurück, dass der Hund nicht nur ein Begleiter, ein Spielgefährter, ein Fugpad da gewesen ist, sondern eben halt ein Jagdgenosse, ein Gebrauchshund. Das ist ein großes Kapitel. Das geht bis in die jüngere Vergangenheit natürlich hinein oder auch bis in die Gegenwart. Dann kommt ein großes Kapitel zu Herrchen, Frauchen, Kind und Hund. Also die unmittelbare Beziehung von dem Herrchen, dem Frauchen zum Hund. Da ist manchmal der Hund interessanter vielleicht als das Frauchen, am anderen Ende der Leine. Manchmal eben halt aber auch das Herrchen, das Frauchen. Das letzte Kapitel schließlich kommt am nächsten Rand auf unseren Satz. Wir kommen auf den Hund. Das zeigt die Kehrseite, die Abseite dieses Tieres. Das sind die Straßenköter, das sind Monster auch. Da werden Höhlenhunde gezeigt. Da werden aber auch Tiere gezeigt, die erniedrigt werden. Also das ist eine Sektion, wo wir wirklich sprichwörtlich auf den Hund kommen. Die Spannweite von Künstlern, die wir hier zeigen, ist wirklich groß. Es reicht von der Renaissance angefangen, also von großartigen Werken von Albrecht Dürer über Caracci, über die Epolo, natürlich wichtig, Rembrandt dabei, die Holländer mit ihrer drastischen Realismus. Dann kommt das 19. Jahrhundert mit großartigen Werken von Adolf Menzel rein, von Ludwig Richter und anderen Künstlern. Es geht dann über die frühe Moderne von Otto Dix, ein ganz, ganz großes Hundeporträt mit dem Herrchen dabei. Und es geht bis in die Gegend, bis zu modernen Künstlern, die den Hund auf ihre Art und Weise, manchmal auch auf ironische, etwas abartige, besondere Art und Weise auch darstellen. Also eine Spannweite von 500 Jahren europäischer Kunstgeschichte mit dem Hund. Und das ist das, was immer mehr worshiplegehen. Genau, gut. Vielen Dank.